Jetzt sind wir live! Hi! Oh Gott, es ist immer so. Es ist jedes Mal total komisch, hier mit Kamera zu sitzen und dann absolut komplett natürlich. Das muss ich noch lernen. Peter ist überlebensam. Ah, ich kann Freunde... Ah, okay, 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 warte. Haben wir schon mal eingeladen. Das ist schon cool. Ja, ich habe mit Michaela Reed gesnackt. Ich dachte, komm, kaufst du dir die 4,99? Komm mal. Erhöht er nur um die Wahrscheinlichkeit, dass die Bodenlöcke in der Hütte des Kildesgesporn, wenn es auf der Karte eine solche gibt. Kombinierbar. Wattere... Nennen wir das. Gegenstände. Ja, ich habe hier auch nichts weiter zum Auswählen. Okay, jetzt muss ich nur noch auf die anderen warten. Was ist denn eigentlich mit Benny? Wo ist er dann? Der ist da. Oder? Also ich höre ihn nicht. Ja, er sagt ja auch gerade nichts. Okay, da steht jetzt bei mir, er ist meiner Gruppe beigetreten. Ah, ah, okay, da. Eins, zwei, eins, jetzt. Da ist er. Guck, da ist er. Bin ja schon da. Boah, es hört sich jetzt durchs... Ich verstehe es nicht. Seit kurzem, wenn ich das Mikrofon hochklappe, sollte ich eigentlich nur das Headset muten. Klappt es mir runter, macht es aber nicht von selbst wieder auf. Okay. Ich sehe einfach halt voll im Hintergrund meine Katze pennen, ne? Auf dem Bett. Hm, die macht es richtig. Ja, ich würde jetzt auch am liebsten nochmal so ein bisschen schlafen und so. Aber wir wollen hier den Schlafrhythmus nicht kaputt machen, ne? Ja, Schlafrhythmus, was ist? Kann man das essen? Ne, kann man nicht essen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ja, aber ich glaube nicht. Da postest du einmal, dass du ein Guide veröffentlicht hast mit Final Fantasy und schon melden sich zehn Leute bei dir. Was, du machst jetzt Guides? Ja, ich mache Guides. Man glaubt es kaum. Ich um Guides. Vor allem noch als Tank. Ich habe ja als Tank gespielt im Guide. Als Krieger. Wir wissen ja alle, Guides sind geil. Ich will das so schön, wie mein Oberteil so hin und her schwingelt. Schwing, 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 schwing. Was für einen knackigen Po ich im Spiel habe. Hör mal. Hör mal. Ich habe auch sonst keine Probleme. Es sollte auch hier gleich vorbei sind. Das klingt auch so falsch, ne? Wie mein? Ja, weil es nicht für falsch klingt. Ja, das ist hier gleich vorbei. So, nach dem Motto so. Ne? Was ist denn das? Achso, das ist das neue... Ach, das ist dieses... Ähm... Aha. Okay. Ne, will ich nicht. Ich bleib bei dem guten alten. Ade! Äh, das ist ganz cool. Daran habe ich mich gewöhnt. Mit dem Wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle! Also ich finde das mit der Leertaste irgendwie besser. Findest du? Für mich ist das besser. Ich mag lieber dieses... Wirklich so... Genau Google, dass der... Die mit Treffer duscht. Dass die Anzeige sich halt schnell erfüllt. Ja. Weil ob der Tastaturzerstörer duscht mit A und D, oder ob der die Tastatur mit der Leertaste stört. Und du es bald raus. Ja, das ist total... Ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Wie die Kleine einfach da im Hintergrund, die... Die lässt sich von nichts stören, die Lumina, ne? Die pennt da total in Ruhe und total gechillt. Geht's gut. Katze, müsste man sagen. Ich wäre gerne eine Katze. Im nächsten Leben werde ich eine Katze. Mhm. Dann werde ich so eine wie bei, äh, My roommate is a cat. Such ich mir meine eigenen Menschen. Dann ist gut. Mensch, jetzt flieh doch. Ach so, das vollen Empire hat das schon eingenommen. Ja. Die haben ihn auch schon ein bisschen gewütet. Bisschen. Ja. Dann, 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 dann. Weißt du, ich stink hier voll mit meiner Stufe 8 voll ab. Weißt du? Mhm. Weißt du, Benni neben mir so Stufe 39 und ich Stufe 8. Das ist natürlich... Die Heimatwelt hat er eingenommen. Och nee, ne? Sehr schön. Warum unbedingt die Heimatwelt? Ach, mein Nacken. Okay. Du kannst das durchsetzen, das ist eins im Plus. Ja, habe ich auch gerade gemacht. Ich glaube, mit dem letzten Planeten, den ich gerade eingenommen habe, bin ich das gerade durch. Ich bin ja der Meinung, dass die Spinne im Bad, dass die noch lebt. Die wartet jetzt darauf, dass sie sich ihre eigene Armee zusammenstellen kann, um uns zu töten. Die wartet jetzt auf ihre Wache. Ja. Die wird jetzt bestimmt mit so einem Killer-Ruf, wird die jetzt andere Spinnen anlocken. Und dann werden, dann wird die ganze Wohnung überrannt mit Spinnen und dann töten sie uns. Genau so sieht meine Zukunft aus. Und wir haben gewonnen. Ich hab's gesehen. Ah, war das ein Akt jetzt. Yay, das heißt, es geht jetzt gleich los hier. Ja. Ich will doch sagen, wir machen die Neukolonisierung dann im nächsten Schritt, oder? Ja. Äh. Wir können alles weitere dann. Ich hab jetzt auch direkt Pause gemacht halt. Ja. Wart kurz. So, jetzt frage ich. Hi. Neunter, neunter. Der neunter, neunte. Neunte, neunte. Ist gespeichert. Ah, wie gesagt, ähm... Wir können das... So lassen das Spiel. Würde ich sagen. Wir fangen ja wirklich auf einer sehr kleinen Karte an und gucken wir mal, ob die Performance bleibt. Ja. Ist vielleicht besser. Einfach zum Testimon. Ja. Genau. Und vielleicht finden wir ja noch jemanden, der mit spielt. Wenn Crime sich vom Tabletop löst, ja. Ja, alles klar. Der ist nämlich momentan, äh... Die, äh, Conquest, also die Imperium. Mhm. Bücher am Durchspiel. Okay. Und Kumpel. So, Daylight. Und du haust jetzt wieder ab, oder? Ja, ich bin dann hier mal raus. Okay. Alles klar, dann schönen Tag noch, ne? Ja. Dann bis dann. Ich hab euch viel Spaß noch. Tschau. Danke. Tschau, tschau. Papa. Ach komm, jetzt lad's schon. Immer mit der Ruhe. Oh Gott. I'm sorry. Und wenn es lädt, dann kann ich nicht spielen. Ich freu mich schon auf den Tag, wenn wir eine komplette Gruppe haben und dann einer von uns die Killer spielen kann. Weil ich möchte meine allererste Killer-Erfahrung, möchte ich wirklich damit machen, meine Freunde abzuschlachten. I see you. Oh, das wird halt voll graus und dann so richtig so... Oh mein Gott, ich kann dich sehen. Oh mein Gott, ja, was tust du denn da? Ja, hallo? Ja, willst du ein bisschen abhängen? Wow. 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 Was wow? Abhängen. Ja! Man hängt ja die ganze Zelle, häng ich nur an. Aha. Guck mal, willst du meinen dicken Haken spüren? Hm. Genau so stell ich mir das dann vor. Hä, wieso ist Benni jetzt rausgeflogen? Hä? Ja, wie konnte vieles aufgetreten. Benni hat die Gruppe verlassen. Du 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 du. Ich hab dich noch mal einge... Also. Häls! Keine Ahnung was da hier gerade war. Ist alles noch da? Ja, ist alles da. Ja, ist alles da. Mir leid. Bright. Der braucht ja noch ein bisschen und man hat eine Minute Zeit, ich geh mal schnell aufs Klo. Na, jetzt gleich sind sie alle schon da. Das wärs jetzt, ne? Ich schwör das Zimmer, hier ist total dunkel, ich sitz total im Schatten. Das ist aber auch irgendwie sehr förderlich, weil da sieht nicht jeder mit ne hässliche Fresse komplett. Ich hätte ja auch nichts dagegen in dem zweiten Bildschirm, der könnte auch einfach über den Bildschirm hängen. Wäre eigentlich auch gar nicht mehr so doof. Müsste ich nicht immer so zur Seite gucken, wenn ich den Schätzchen hin will. Oder hier so hinhängen, das wäre auch ganz cool. Dann könnte ich immer so gucken. Ich weiß, worauf ich mich am meisten freue am Freitag. Auf das leckere Essen. So, die Menschen sind mir halt so voll, gehen mir vor dem Arsch vorbei, aber ich will essen. Oh Gott, das klingt schon nach einem Streamer so ein bisschen, ne? Ja, 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 ja. Der Killer ist bereit für uns, ne? Schatz, komm vor Pott, es geht los! Mitten im Stream, willkommen in der Regalenwelt. Ja, 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 ja. Ist so... Also... Das ist immer so, dass das Geile, wenn man zusammen wohnt, ne? Man kann sich gegenseitig anschreiben, wenn solche Fälle von Pott runterkommen. Aber jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los! Oh, ich bin so aufgeregt! Weißt du, wenn du dem Killer noch ne Nachricht per Klo schicken willst. Aber ich scheiß auf dich! Nee, nee, das war so ne Morse-Zeichen-Nachricht. Blub, blub. Stopp! Oh ne, Geist! Nein, nicht der Geist! Ich hasse den Geist! Oh Mann, der ist so nervig! Stopp! Stopp! Riecht nach Spargel! Stopp! Oh, ich liebe Kindsköpfe einfach so, ne? Ich wollt grad sagen, Zitat, Kindsköpfe! Könnte man eigentlich auch irgendwann mal so ne Watchparty machen. Das wär auch geil. Ähm, das geht ja über Twitch. Jaja, muss dann halt nur bei Prime. Ja, wir hatten Prime. Ich nicht. Ich hab Prime über dich. Ich über mich oder ich mich? Richtig. Oh! Hat er nicht gesagt! Zummer! Okay. Oh, nee, nicht das Yamahaoka-Anwesen. Oh, hier ist es... Oh, ja, bitte doch! Ich bin direkt am Generator. Find' ich gut. Hier ist es so kacke, dem Geist zu entkommen. Find ich nüt. Generell ist es schlecht dem zu entkommen So, dann reparieren wir mal das Ding hier Ich finde, vor den meisten Typen kann man sich eigentlich echt gut verstecken So, der hat dich im Visier Hä? Wo willst du das wissen? Weil bei dir die Krallen in deinem Portrait sind Achso, heißt das dann, der hat es auf mich abgesehen? Ja, er versucht deine Aura zu finden Na toll Nein, er ist bei mir Ein Generator läuft Ja, das war ich jetzt mit der anderen da Ich suche gerade den nächsten Generator Benny wurde etwas angeditscht Ja, ich sehe schon Ich habe den nächsten Generator Alles klar Ja Ja